Natürlich ist das Ziel eine Stammmannschaft, das ist ganz logisch. Wir haben eine super Saison gehabt in Salzburg und haben dort das Double geholt. Ich fühle mich gut und jetzt die Mannschaft passt auf, es sind super Charaktere drin, es macht Spaß und jetzt greife ich ein. Bis zum nächsten Mal.